Misericordia Domini von Tino Hemmann Gelesen von Kai Schulz Musik und Produktion Tono Audio Verlag Misericordia Domini Wer sagt, es gibt nur sieben Wunder auf der Welt, hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles, hat nie ein Kind lächeln gesehen. Wer sagt, diese Welt ist nicht mehr zu retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten. Honoré de Balzac Misericordia Domini Plena Estera Psalm 33 Der Güte des Herrn voll ist die Erde 1 Eine abnorme Stille herrscht. Realitätsfern wie das Tauchen in den unerreichbaren Tiefen des Meeres. Eine Illusion? Wenigstens der Druck auf den Trommelfellen sollte doch ein Rauschen erzeugen. Von einem Kind gezeichnete Gestalten schwirren über die Zimmerdecke, kämpfen miteinander und umarmen sich. Säbel treffen aufeinander, Funken bersten. Kapitel 4 Kapitel 5 Untertitelung des ZDF, 2020